Moin moin liebe Leute, da sind wir wieder mit einer Adventure Map von The Hyper Khan und ich habe eine ganze Menge Zeug im Inventar, muss das so? Joa, gut, spielen wir erstmal. Schau hinter dich. Zwei Diamanten, das ist toll. Du kannst auf Peaceful spielen. Hapsch. Achtung, die Gefahr von Pistons zerquetscht zu werden, besteht. Regeln lesen, du darfst nur Sachen, die mit Redstone zu tun haben, platzieren. Schalter, Druckplatten etc. Zerstöre keine Blöcke, platziere keine Blöcke, versuche alle 20 Diamanten zu finden. Du wirst sie zum Schluss brauchen, in jedem Raum kannst du einen Diamanten finden. Du solltest keine Hex benutzen, du Cheater. Der war gut. Viel Spaß. Und zwar hier nichts. Und wofür habe ich das ganze Zeug hier im Inventar? Ich habe es wieder vergessen rauszunehmen. Reset. Gehe vier Blöcke. Eins, zwei, drei, vier. Kehre mir den Rücken und gehe vier Blöcke. Eins, zwei, drei, vier. Hier nach links. Bleib genau vor diesem Schild stehen und gehe in Richtung vom ersten Schild. Das erste. Hinrichtung vom ersten Schild, ja. So. Ich wüsste gerne, was passiert wäre, wenn ich woanders drauf getreten wäre. Vielleicht mache ich das im Nachhinein noch. Ähm. Zerstöre das Minecart nicht. Versuche es durch das Labyrinth zu lenken. Nur mit den Knöpfen und Schalten. Ach du Scheiße. Ähm. Mal gucken hier. Da ist das Minecart. Ne. Äh. Okay. Eins. Das kann nicht sein. Oh. Das ist merkwürdig. Das müsste doch dann da, so da, so da, da, da. Ich denke, den hier, den hier rumlieg. Oh. Nee. Ah, ja. So funktioniert das nicht, ne. Doch. Ich habe noch nicht so viel Ahnung von Minecarts, wenn ich ehrlich bin. Das ist eine Detektor-Rail, da muss das hin. Hm. Hm. Ja, ich habe, da ich einen Fehler gemacht habe, muss ich es jetzt anschubsen. Aber das funktioniert wenigstens. Ach, nur für so ein paar mickrige Diamanten. Äh. Noch mehr. Äh. Ich denke mal, da muss ich rein. Klar, sonst komme ich da ja auch nicht durch. Ah. Tja, hier ist dann wohl Ende. Ah. Oder auch nicht. Oh. Was? Das hat mich letztes Mal schon umgebracht. Was ist das? Okay. Die Beschaffenheit der Blöcke werden dir den Weg weisen. Die Beschaffenheit der Blöcke werden dir den Weg weisen. Ähm. Nein. Ich will ja nichts sagen, aber... Nein, ach doch. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Das ist cool gemacht. Stell dich mittig auf den Lightstone am Boden und drücke den Knopf. Mach ich. Welchen Knopf? Ah, okay. Das war aber jetzt eher knapp. Vor allem, wenn man noch an den Knopf kommt. Kommen muss. Äh. Ich hasse meine Fü- Was? Nochmal. Aus was besteht dieser Raum hauptsächlich? Lightstone und Cleanstone. Cleanstone, ja. Wie heißt der Erfinder von Minecraft? Notch oder Amy Winehouse? Amy Winehouse ist, glaube ich, die Erfinderin von Crack. Abkürzung für High Definition Multimedia Interface. HDMI. Aus wie vielen Stücken kriegt man wie viele Fackeln? Aus 5, 8. Aus 4, 16. Ja. Aus 4, 16. So. Wie viele Pixel hat ein Block im Standard-Texture-Pack? 16. Wie viele Wooden Planks kriegt man aus 64 Stämmen? 256. Ah, binäre Zählweisen. Man kann da eigentlich gar nicht daneben liegen. Jetzt hier bei 194, glaube ich. Oder? Ich hasse meine Füße. Ich bin gleich dem sechsten unserer Art. Oh Mann. Scheiße. Äh, 3 von uns mögen den Himmel. Gut, 3 nach oben. Ich bin gleich meinem Gegenüber. Einer von uns lügt. Ich bin immer mit erhobenem Kopf unterwegs. Du oben. Ähm. In der sechsten unserer Art. Du oben. Hast du meine Füße? Oh nein. Halt, nein. Nicht fluchen wir aus. 3 von uns mögen den Himmel. Ich bin gleich meinem Gegenüber. Ein auf. Dammit. Ich treffe immer die falsche Taste. Ha. Ich bin gleich dem sechsten unserer Art. Ich hasse meine Füße. Nein. Ha. Ich hasse meine Füße. Ich bin gleich meinem Gegenüber. Einer von uns lügt. Dammit. Ich bin immer mit erhobenem Kopf unterwegs. Ich bin gleich meinem Gegenüber. Ach, dammit. Logikrätsel. Ich hasse meine Füße. Du nach oben. Drei von uns mögen den Himmel. Nach unten. Ich bin gleich meinem Gegenüber. Ich bin immer mit erhobenem Kopf unterwegs. Ha. Das ergibt alles Sinn. Drei von uns mögen den Himmel. Ich bin gleich dem sechsten unserer Art. Ach so. Ich hasse meine Füße. Drei von uns mögen den Himmel. Ich bin gleich meinem Gegenüber. Einer von uns lügt. Lügt du. Einer von uns mögen den Himmel. Verdammt. Hier stimmt alles, ne? Clean Stone. Notch. HDMI. Aus 4.16. 16. 256. Ich hasse meine Füße. Ich bin gleich dem sechsten unserer Art. Vielleicht bist du auch so und du lügst. Oder du. Dammit. Ich hasse meine Füße. Und gleich dem sechsten unserer Art. Ich komme immer auf die falsche Taste. Ich probiere jetzt hier einfach mal random rum. Immer mit erhobenem Kopf. Runter, runter. Haha. Ich hasse meine Füße. Also nach oben eigentlich. Drei von uns mögen den Himmel. Denk ich auch mal nach oben. Ich bin immer mit erhobenem Kopf. Und dann nicht so, oder? Du lügst. Ha. Du lügst, du. Drecksack. Ach. 12. 1, 3, 4, 7, 8. 1, 3, 4, 7, 8. Verdammt. 1, 3, 4, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8. What? Ich werde merken, wenn er falsch liegt. Okay. Okay. Das ist cool. Moment, kann ich da nicht einfahren? Geht doch. Aber das ist echt cool. Das ist eine coole Idee. Hier ist nichts mehr. Ne, das ist eine coole Idee. Das gefällt mir. Das gefällt mir. 1, 2, 1, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Oder? Braucht ich das jetzt? Deine Füße werden den richtigen Weg finden. Ach du Scheiße. Aber nicht springen. Sicher, dass meine Füße den richtigen Weg finden. Hm. Ich habe eine Pisten gehört. Moment, hier. Muss man auch gucken, wo man springen kann. Hier zum Beispiel nicht. Ich gehe da rein. Hör auf. 16. Danke. Brunnen der Wünsche. Du musst mindestens 11 Diamanten haben, um weiterzukommen. Hab ich. Warte noch eine Minute, dann wird sich die ein Weg öffnen. Brunnen der Wünsche. Alle 5 Sekunden ein Diamant. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Das dauert ein wenig. 1, 2, 3, 4, 5. 8. 9. 10. Und elf. So, jetzt muss ich warten, ne? Hm. Wofür habe ich eigentlich den Hebel hier in der Hand? Wofür war der? Hm. Dann wird sich dir der Weg öffnen. Hm. Hm. Irgendwie nicht so, ne? Hier gibt es auch nichts, ne? Außer Tod. Nee. Hm. Ähm. Noch. Es war kein Diamant, aber egal. Wisst ihr was? Ich muss jetzt hier erst mal gucken, was das genau macht. Aha. Zufrieren. Gut, das konnte hier jetzt nicht klappen. Weil das hier in 1,9 wohl zu einem Schneebiom wurde, was er ja nicht ahnen konnte. Normalerweise werden die Diamanten hier auf die Pressure Plates gefallen und hätten dann den Weg aufgemacht. Aber, ähm. Das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Jetzt muss ich natürlich gucken. Hm. Was ist das? Hm. Jetzt muss ich natürlich gucken. Okay, da tatsächlich, wo ich dachte, komme ich weiter. Äh. Ich zog gut. Äh. Wollte ich nicht kaputt machen. Dann halt so. Das war jetzt nicht vorhersehbar und nicht sein Fehler, ne. So. Die Minecart-Strecke ist ein kleines Extra. Vielen Dank fürs Spielen. Sei sicher, dass es Tag ist, bevor du ins Minecraft, äh, Minecraft steigst. The Hypercan. Cool. Doch. Also, ich würde sagen, die Map ist eine, na, ich sage mal eine 1-, minus. Minus. Da waren jetzt halt paar kleine, paar kleine blöde Sachen drin, aber dafür konnte er nichts. Ähm. Keine großartigen Sprungpassagen, fand ich ganz gut. Ja, doch. 1- ist gerechtfertigt. So. Ich fahre jetzt nochmal hier wie so ein Beklopter durch die Gegend. So, und bin jetzt wieder hier. Könnte gleich nochmal fahren, so wie es aussieht, oder? Ach ne, der kommt von da. Gut. Und dann, ja, die Redstone-Sachen waren geil gebaut. Und könnte ich nicht. Von daher ruhig ne 1. Und bis dahin, tschö.